Daten löschen, das kann jeder. Wir betrachten den gesamten Prozess. Der GPS-überwachter LKW fährt direkt vom Kunden zu uns ins Technologie- und Servicezentrum. Schon während der Abholung wird jedes einzelne Gerät bei unseren Kunden gescannt. Jede Lieferung wird sofort in den Sicherheitsbereich gebracht. Und dafür gibt es einen besonderen Fahrstuhl. Dieser führt direkt in den abgetrennten Sicherheitsbereich. Zutritt haben hier nur von uns aus gewählte und polizeilich überprüfte Mitarbeiter. Bis zu 1200 Geräte können hier pro Tag vollautomatisiert, zertifiziert gelöscht werden. Egal ob mechanische oder elektronische Datenspeicher, wir löschen sie. Die Löschung von Druckerdaten ist ebenfalls ein ganz wichtiges Thema, denn auch hierin befinden sich Datenspeicher. Jeder Schritt ist transparent, von der Anlieferung bis zur endgültigen Löschung der Geräte. Und das belegt ein Löschzertifikat. Ja, und hier stehen Sie nun alle. Revisionssicher und Compliance-konform. Übrigens, kommen Sie doch einfach mal vorbei. Besuchen Sie uns in unserem Technologie- und Servicezentrum. Das ist und das ist auch, was Sie noch nicht mehr하 haben! Wettung Wettung Wettung